Wir haben heute etwas zu feiern, denn tatsächlich werden wir heute zwei Jahre alt und das feiern wir wie immer mit ganz viel Konfetti. Und im Übrigen schenken wir euch natürlich... Und wir schenken euch heute zur Feier des Tages zwei Euro, die... Das stimmt gar nicht. Wir werden zwei Jahre alt und schenken euch zehn Euro. So geht der Text. Zur Feier des Tages schenken wir euch zehn Euro. Die Beschreibung dazu, wie ihr den Gutschein dann bei uns im Shop einlösen könnt, findet ihr unten oben auf jeden Fall in direkter Nähe des Videos. Alles Gute euch. Bis dann. Ciao.